Musik So, da sind wir wieder... bei... Wasserleitungsbau AAH Das funktioniert... Weißt du das, oder sind da schonmal mehr Dilos? Wo haben die mehr Dilos? Sind da schonmal mehr Dilos auf den Mappen, wenn man da geredet Ja, in andere Regionen Ah, hier sind wir nicht mehr zum Richten Ja, hier sind wir nicht mehr zum Richten Ja, ha Rauchgranaten Rauchgranaten Waren da ha... Die Strand waren da Havel so scheiße Was war wohl? An dem Strand, wo ich grad bin Was ist da wohl so... Geben die Schuldgrü... Na, Öl Na, Schuldgrü... Geben kein Öl ... Ich bin zu komisch. Du hast schon eine Käfer am Strand Alter, ist das... I lief Ich bin frei Uck, ich bin frei Ich bin frei Ich bin frei Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Jetzt soll ich nur gucken, welcher Ich glaube wir haben uns neue Narcosie-Pfeile für einen T-Rex Na, was ist der für ein Level? Keine Ahnung Aber neue Narcosie-Pfeile gelangen nicht mehr alles für einen T-Rex Bei den Fächer werden wir wahrscheinlich eh noch mehr zusammenhelfen dürfen Na ja Okay Sex-Kompis Fuck, fuck, fuck Was fressen die Bären? Bären Jetzt mal schauen, was der für ein Level ist Vielleicht, dass ich ihn zehnmal kann Warte schon, sagt, noch haben wir schonmal zwei Triceratops, dann könnten wir da auch schonmal Triceratops sind halt gut zum Pharma, zum Biopharma, Pulse Pharma kannst du auch nicht mehr nehmen Ah, Levels! Hast du einen Männlichen oder einen Weiblichen? Weiblichen Ah, das würde perfekt passen Und es ist passiert Ich habe mich beim Wasserleitungsbau umgebracht Sauber ... ... ... Alter Wurst! Für den haben 10er Pfeile nicht gelangt! Ja heil nicht gelang, 10er Pfeile nicht für den 3 Zeratops Ja, ich hab dich gefragt gelangt, ist das auch ja Hey, wann hast du mich das gefragt? Grad! Hab ich nicht so gehört Was ist der für ein Level? Vor! Dann brauchst du mindestens 2.11 oder 4 Das heißt wir vorher auch so im Kino Und 10er Pfeiligung für den Nade Aber keine Ahnung, ich find größere Fächer für Öl Das heißt wir können die Kino Ich sollte die Kino Dich 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 Das war's für heute. So. Okay. 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 Der Klaus ist wieder da Ich sehe Warum kann ich jetzt nicht im Bett spawnen? Ich darf auf einmal gespawnt sein, aber warte, 5 Minuten sollten euch bald vorbei sein. Einmal mit Profis. Außerdem, das eine Mal oder zwei Mal, weil ich jetzt im Bett gespawnt bin. Du bist... aber ich gespawnt drin. Aber mir ist jetzt eigentlich mein Controller runtergefallen. Das weiß ich nicht. Super, jetzt ist es dunkel. Und ich weiß nicht, wo ich im Holz gestorben bin. Heißt, geschaut? Ja, ich bin ja in der Zeit als direkt am Spawn wieder umgebracht worden. Achso. Ich bin immer mit. Beinemmel. So toll war. Alter, wir sind jetzt da einmal wie der Höll. Kein Fockel. Nein, weil ich gestorben bin. Ja, der Fockel ist ja nicht da. Er macht halt schnell mal nicht. Bringt mir auch nicht. Lass mal durch. Ach, ich bin ein Fockel. Alter, wenn wir jetzt meine ganze Scheißsteuerung rauf... ...hier, ich bin ein Fockel. Das ist schön, wenn der andere Schnucki schon in deiner Umgebung ist. Ja, ist denn was für eine Umgebung? Da ist schon der Raptor Wichskopf Beidl. Der Alpha-Gab... Schau mich schnell, was mir viel Fackel braucht. Mir zeigt's, dass grad nimmer oberlebt. Irgendwie alles aufs Scheiß-Controller-Steuerung ist. Stecken Controller aus. Ah, Controller deaktivieren. Ja. Ah, Herstellung. Feuerstein. Ja. Hab ich dir vorraten, bis es voll wird, sonst wird... Ich bin gleich wieder. Ja. Ja. Das war die blöde Wasserleiter. Ich bin wieder da. Ja. 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 Nichts. Nichts. GiessereINKen. Okay, okay, okay. Ah ja, da in der Nähe bin ich glaube ich gestorben. Und da der Kano Taurus ist. Siehst du jetzt hast du schon wieder durchs Bett gebracht? Ja. 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 Schaut schon völlig aus ey. Ich bin schon froh wie du mir zeigst wie der Fiener da hat. Ich bin schon froh wie der Fiener da. Ich bin schon froh wie der Fiener da ist. Ich bin schon froh wie der Fiener drüben. Oh! Was zur Versorgung ist hergestellt Was ist die Innenlöwe, wenn ich mir zeige? Was ist die Innenlöwe? elte, wir sollen unter denen ganzen scheißstarme Zeichsvie das war ja nicht geplant dass mir keine tausung greift Ja, was hast du überhaupt zuvor gehabt? Die scheiß Krebsesuche! Achso. Bist schon am Strand oder so, oder? Was? Bist schon am Strand unterwegs, oder? Da war ich damals am Strand unterwegs und dann bin ich heimgerannt und dann bin ich verreckt. Ahja. Ah. Ich hab' die Augen gepisst. Bisschen Holz da mal da einschieren. Bisschen Fleisch machen. Naja, dann erstmal den Ei, das Hackl und alles machen. Ja, wenn das deine einzigen Sorgen sind, das Hackl und den Spitzhocker, dann lass es gehen. ganze Leder holen. Bisschen Leder da. Ja. Ich hab' so viel Leder gehabt. Ähm. Ähm. Meine Nackusepfeil hab' ich nicht mehr gehabt. Ja. 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 Ich hab' ja nichts mehr also. Ja. Ja. Na das ist schon der Voice Scout. democrat. Ja. Da riecht. Ja. 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 Da riecht. Da riecht. Ja. Wir brauchen jetzt mal komplett neue Grundausstattungen. Ja, jetzt wird da mal ein bisschen Metall gefahren. Ich glaube, das ist nicht mehr gelangt, was ich habe. Jetzt lassen wir mal einen Schmelz aufnehmen, um da mal ein Hund zu sehen. Da habe ich überhaupt nichts gehabt. Ja, im Schrank ist einer normalerweise drin. Was ist das jetzt auch? Hast du gesehen? Ja. Und wenn du dich fragst, ob das einen komischen Punkt macht, das habe ich gemacht. Weil das nicht mit der Hauswind zusammen geht. Normalerweise muss das passen. Also. Ah, 16. Ist da noch eine Metallbahn hier drin? Nein. Wie viel braucht man da? 10. Und 8. Und 18. Da ist noch viel mehr Metall. 36 Metall. Das ist ja toll. Wichtig... Dann noch so schwarze Stäume da. Wegst einmal gleich wem in den Schrank geh. Ich bau, Planetaille, Alwand und Bauminute, war kein Kompass kein Kompass kein Kompass alter Blindet der schnell ja der bringt ja der bringt Geh! Packen wir auch Lieder Bisschen Lieder packen wir da noch Ich tu noch ein bissel Wahnsinn Du hast da noch ein bissel Lieder für die Spitzhack und die Axt Ich hab nichts mehr Packen wir 9 Lieder Spitzhack hast du auf jeden Fall schon mal wieder Kann ich jetzt nix dringen Hä? Kann ich jetzt nix dringen Kau! 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 Und das Poten ist auch schon erreicht. Stehen wir aufs Leitung, war erfolgreich. Mehr oder weniger. So, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und bis zum nächsten Mal. Ciao!